Schau mal was in euch rein. Was haben wir euch gelesen? Die Welt, die Erde. Lugelin. Von wem? Von wem? Von der Natur. Die gehört uns nicht. Jeder gehört sich selber. Ja, und die Erde, die wir haben. Für die Erde? 927 Millionen, die wir stehen mit Steuern. Mit der Abteil und alles, alles, alles. Ja, mit Steuern, Geld, das ist was erfundenes. Was? Das sehen wir ja bei jeder Naturkatastrophe. Trotzdem macht sie was sie will. Man kann sie nicht besitzen. Ja, das ist natürlich. Es gibt genug da für jedermanns Bedürfnisse. Aber nicht für jedermanns Bier. Es ist einfach nicht genug da. Und deswegen sollen wir sie nicht kaputt kontrollieren. Dürfen wir die auch? Sagen Sie was? Was? Ich hab's angemeldet. Nee, nee. Ist angemeldet. Angemeldet. Aber die sagen jetzt nicht, oder? Nee, nee. Es wurde ja angemeldet. Das ist nie. Nee. Nee, die dürfen nichts sagen. Die dürfen gucken, aber nichts sagen. Die Bösen stehen ja da schon. Hm? Die Bösen stehen auch da schon. Ja, die achten darauf, dass man keine gewissen Regeln verletzt, und seine Scheibe einschlägt oder so. Dass wir das nicht stürmen. Dass man nicht reingeht und irgendwas durcheinander bringt. Ja, aber das macht ihr ja nicht, oder? Das macht ihr ja bei mir, oder? Das wissen wir ja nicht. Nee, die sind doch zu wenige. Hahaha. Warte, das macht ihr auch? Seit gestern Nacht. Oh, das wird eng. Nee, kaputt geht doch. Wir waren ein bisschen schwer vom Begriff, oder? Ja, kaputt. Ja, kaputt. Oh, das ist jetzt eigentlich zu sehen. Hat sie noch drunter gekochen? Transparent. Ja. Ja. empathisch. Ja, dein guter. Ja. Was mein guter oder was ich da? Ja, das war's. Warte, was er hatische Einuglin? Ja. Warte, was deine Liebe machen?